Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Zufallsvariablen, in dem wir uns zunächst einmal die mathematische Definition von diesen sogenannten Zufallsvariablen anschauen. Das klingt zunächst mal sehr technisch, sehr mathematisch, wir werden aber sehen, dass das, was sich dahinter verbirgt, etwas ganz Banales ist, mit dem wir ganz leicht umgehen können. Zufallsvariablen bedienen nämlich der Beschreibung von Ergebnissen, von Zufallsvorgängen durch Zahlen. Und man meint mit einer Zufallsvariablen, manchmal sagt man auch Zufallsgröße dazu, einfach eine Zahl, die in einem Zufallsvorgang beobachtbar ist. Und also beispielsweise anstatt bei einem Münzwurf zu sagen, der Ausgang ist Kopf oder der Ausgang ist Zahl, kann man sagen, ich zähle, wie häufig Zahl vorgekommen ist. Und das kann ja entweder nullmal oder einmal sein. Auf den ersten Blick macht das überhaupt keinen großen Unterschied, aber es ist praktisch, wenn man hinterher mit diesen Ereignissen weiterrechnen kann, weil alle Ereignissen dann durch Zahlen beschreibbar sind und wir dann mit diesen Zahlen verschiedene Arten von Umformungen ausrechnen können. Und da werden wir sehen, dass das häufig was Praktisches ist. Und diese Zahlen ergeben sich auch häufig ganz natürlich aus dem Zufallsvorgang. Da muss ich gar nicht groß nachdenken. Schauen wir uns einmal ein paar einfache Beispiele an. Wir fangen wieder mit dem zweitlangweiligsten Experiment an, dem Würfelwurf, immerhin dem zweimaligen Werfen eines Würfels. Wie kann man die Augensumme dieser zwei Würfe durch eine Zufallsvariable beschreiben? Naja, wir schreiben zunächst mal unseren Ergebnisraum hin. Das hatten wir in früheren Videos auch schon gemacht und haben das getan durch das Paar der Augenzahlen auf den zwei Würfeln. Also der erste Würfel zeigt hier eine 1, der zweite auch, der erste eine 1, der zweite eine 2 und so weiter und so fort. Und die Augensumme ist dann einfach in diesem Fall 2, hier wäre es 3 und hier hinten 12 und dann gibt es alle möglichen anderen Kombinationen dazwischen auch noch. Also ich ordne diesem Paar von Würfelwürfen einfach eine Zahl zu und das ist die Augensumme. Und die hat dann den Wertebereich von 2 bis 12 und in einem früheren Video hatten wir die Wahrscheinlichkeitsverteilung dann auch schon explizit ausgerechnet, in dem wir uns überlegt haben, wie viele günstige Ausgänge gibt es denn für jede dieser Augensummen unter den 36 möglichen Ausgängen, unter den 6x6 Varianten, wie ich die beiden Würfelzahlen miteinander kombinieren kann. Also zum Beispiel für die 2 gibt es eben nur eine einzige Kombination, 1 und 1, haben wir als Wahrscheinlichkeit 1,6. Für die 3 gibt es die 1 und 2 und die 2 und 1, da hatten wir 2, 36 und so weiter. Und so kann man sich dann die Wahrscheinlichkeitsverteilung für diese Zufallsvariable x ausrechnen, die eben die Zahlen 2 bis 12 annimmt. Analoges Beispiel für das andere klassische Beispiel, den Münzwurf. Wir schauen uns an das zweimalige Werfen einer Münze durch eine Zufallsvariable und haben auch hier vier mögliche Ausgänge, Kopf-Kopf, Kopf-Zahl, Zahl-Kopf und Zahl-Zahl, also jede Kombination von erster und zweiter Münze. Und als Zufallsvariable könnten wir dann beispielsweise betrachten, die Anzahl Kopf oder die Anzahl Zahl, die gekommen ist. Und dann ist klar, kann 0 mal, 1 mal oder 2 mal der Fall sein. Und die Wahrscheinlichkeitsverteilung können wir uns auch leicht ausrechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich 0 ist, ist also die Wahrscheinlichkeit, dass beide Münzen Zahl gezeigt haben, und eben nicht Kopf. Und da gibt es eine Kombinationsmöglichkeit von vier möglichen. Für einmal Kopf gibt es zwei Möglichkeiten. Das sind diese beiden hier, entweder Zahl Kopf oder Kopf Zahl. Das ist also zwei von vier oder ein Halb und die restlichen ein Viertel entfallen dann auf Kopf Kopf, wo wir also zweimal Kopf haben. Die beiden Beispiele, die wir uns hier angeschaut haben, sind beides diskrete Beispiele, wo die Werte, die die Zufallsvariable annehmen konnte, abgezählt werden konnten. 0, 1, 2, beziehungsweise 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter für die Augensumme. Davon grenzt man dann häufig auch ab sogenannte stetige Zufallsvariablen, wo die Zahl, die man in dem Zufallsvorgang beobachtet, in einem Kontinuum lebt und man die nicht vorher irgendwie abzählen kann oder auflisten könnte. Die möglichen Werte, die die Zufallsvariable annehmen kann. Ein Beispiel aus den Wirtschaftswissenschaften, wo sich sowas zum Beispiel ganz natürlich ergibt, stellen wir uns vor, wir betrachten die Rendite eines Wertpapiers am nächsten Tag. Das ist ein Zufallsvorgang, da wissen wir heute noch nicht, welche Rendite das Wertpapier am nächsten Tag erzielt. und die Realisierung kann dann plus 1,23% sein oder minus 0,78% und so weiter. Und da kann ich nicht vorher die möglichen Werte auflisten, sondern liegen eben in einem Kontinuum drin und können im Prinzip jeden beliebigen negativen oder positiven Wert annehmen. Und in den nachfolgenden Videos werden wir jetzt also gesondert eingehen, einmal auf die Eigenschaften der diskreten Zufallsvariablen und der stetigen Zufallsvariablen. Die haben sehr, sehr viel gemeinsam, einige Details unterscheiden sich aber. Zufallsvariablen